Na ja, Elysium wird's majestätisch über Deponia thront, das kommt schon gut hin. Elysium startet in Richtung Utopia, das bin ich so mitgekommen. Elysium startet in Richtung Utopia. Und das bereitet Ihnen keine Sorgen? Sie kennen doch die Gerüchte, dass die Elysianer den Auftrag gegeben haben, Deponia zu sprengen, oder? Pop, ich die kenne? Ich habe sie in die Welt gesetzt. Ähm, aha, vielleicht sollten wir mit dem nächsten Bild weitermachen. Was erkennen Sie hier rauf? Ähm... Pfff... Gut... Äh... Äh... Eine bezaubernde Funkelelfe. Bitte, was? Na, eine Funkelelfe, wie im Märchen. Ähm, aha. War das falsch? Dann würde ich nämlich gerne meinen Joker benutzen. Es geht hierbei nicht um richtig oder falsch. Es ist nur... Die meisten Leute erkennen etwas anderes auf diesem Bild. Die anderen sind ja auch Idioten. Die würden eine Funkelelfe nicht mal erkennen, wenn sie ihnen in den Hintern stiege. Ähm... Okay. Interessant. Gehen wir zum nächsten Bild. Alles klar, Doc. Was erkennen Sie hier rauf? Sieht mir zwar nicht ganz danach aus, aber... Ich sehe einen großen Helden. Mich. Bitte bleiben Sie ernst. Hä? Wieso? Sie sind doch der mit der Juxbrille. Mhm. Mhm. Juxbrille. Das war's. Wenn Sie lieber herumalbern, anstatt mir ernsthafte Antworten zu geben, sind Sie an der falschen Adresse. Aber ich hab doch nur gesagt, was ich gesehen habe. In dem Fall sollten Sie erst recht gehen. Für Leute wie Sie gibt es hier keine Therapie. Sie sollten es vielleicht mit Exorzismus versuchen. Und bitte halten Sie sich so weit wie möglich von mir fern. Hm. Es gibt einen Hinweis, den ich nie daran klicken will. Vielleicht. Es gibt einen Hinweis, den ich nicht... Ach, je. Wir haben den Irk. Würde ich Irko heißen, könnte ich jetzt meine Initialen überall hinstempeln. So ein Erschein. Würde ich Irko heißen, so ein... Ja, okay, okay. Ähm. Pff. Was haben Sie denn da? Och, das lag irgendwo. Und jetzt tragen Sie es mit sich rum? Als ich es benutzt habe, dann löst es sich für gewöhnlich in Luft auf. Aha. Interessant. Finger, wenn die Antidepressiva sind... Besteht denn für mich keine Hoffnung? Hm. Er sieht grimmig aus. Besser, ich störe ihn nicht. Bleh. Aber jetzt rennt der wieder rüber, oder was? Hat der Hangman Death Proof die Schlaufenheizung wirklich serienmäßig? Erst seit der 400er-Reihe. Aber ab dem 260er-Modell können Sie die Schlaufenheizung für einen geringen Aufpreis nachrüsten. So erhalten Sie beides. Das klassische Design und den Komfort eines mollig-warmen Halsgefühls. Interessant. Das klingt ganz, äh... Huhu. Einen schönen guten Tag, der Herr. Wollen Sie einen Strick kaufen? Hier finden Sie für jeden Hals genau das Richtige. Hm. Was gibt es denn für Finanzierungsmöglichkeiten? Haha. Ein Mann mit Galgenhumor. Das gefällt mir. Aber wir akzeptieren hier nur Bargeld. Es sei denn, natürlich, Sie nehmen an unserer Rabattaktion teil. Ab 30 Punkten erhalten Sie einen Toaster mit Aufsatz für die Badewanne. Tja, ich weiß nicht so recht. Ich denke, ich schaue mich erst einmal um. Natürlich. Tun Sie das. Und zögern Sie nicht zu fragen, falls Sie Hilfe beim Anprobieren brauchen. Hm, okay. Hm, samtig. Das schmeichelt den Hals. Hm, samtig. Das schmeichelt... Hm, okay. Zwei Stricke zum Preis von einem. Das klingt vorteilhaft. Eleganza. Der Strick für die modebewusste Frau. Willkommen in Morbid Moe's Strickparadies. Morbid Moe. Äh, das klingt interessant. Ein sympathischer, dynamischer Typ mit offenem Lächeln. Sehr vertrauenerweckend. Ach, was wäre ich nur ohne meine herausragende Menschenkenntnis. Ah, bestimmt nicht der selber. Ja, Ruf, es muss wieder hier ordentlich das Bild heizen. Ich weiß, es ist so schlimm. Und? Hast du schon ein Motiv? 1000 D. Aber es soll ja auch was daher machen. Er sollte mal nichts überstürzen. Hm, hm. Okay. Er sieht grimmig. Es heißt... Gibt's aber auch, glaube ich, nicht wirklich. Wie kriegen wir denn diesen hässlichen Psychiater überredet? Hm. Hallo nochmal, ungenädige Frau. Ah, da ist ja der junge Vater wieder. Ich bin kein Vater. Da gibt es tatsächlich ein tanzendes Äffchen. Du meinst das Äffchen beim Leierkasten? Mann, das hab ich schon gesehen. Es ist ein erbärmliches Äffchen. Kann nicht mal tanzen. Da spare ich lieber. Ich muss gehen. Aber warum denn? Es war doch gerade so nett und... Moment mal. Ist das Wasser hier gerade wärmer geworden? Wie gesagt, ich muss los. Gott zum Gruße. Okay, alles klar. Ähm. Aua. Vielleicht gibt's da eine bestimmte Reihenfolge, in der ich die Pilze aktivieren muss. Dann irgendwie... Oder... Hehehehehehehehehehehehe. Aua. Hm. Ich hab keine Ahnung. Absolut keine Ahnung. Hehehehehehehehehehe. Aua. Hallo nochmal, und gnädige Frau. Ah. Wo... Ich hab live. Aber es war mein... Das kon immerhin und es... Wo haben sie die Nukleinsäure noch gleich hingebracht? Ich habe sie für die 5 Slotty an das Sua Skin verkauft. Live sagt, es sei eine Art Super Dünger. Aber es war mein Super Dünger. Das konnte ich nicht wissen. Immerhin werden ständig passable Düngemittel in die Kanalisation gespült. Und es passiert eher selten, dass Leute hinterher kommen, um Besitzansprüche anzumelden. Schon scheiße, wa? Wofür brauchen sie gleich die 5 Slotty? Ich behalte sie. Ich liebe es, wenn sich Leute für mich zum Affen machen. Da spinnt doch überall ein Affe rum. Wieso... Ich hab doch... Ich muss gehen. Aber warum denn? Es war doch gerade so nett und... Moment mal. Ist das Wasser hier geraden? Wie gesagt, ich muss los. Gott zum Gruße. Ja. Was machen wir denn jetzt? Hm. Und was? Frag ich Sie. Gibt es leckereres als ein Fleisch im Teigmantel? Um, 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 um. Wie das Duftgeld. Um, 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 um. Eine Kochshow. Genau das Richtige zum Einschlafen. Wo sollen wir hier denn schlafen, Herr Rufus? Es ist viel zu kalt und dunkel. Hm. Das heißt, wir brauchen Licht. Der Empfang hier unten ist ja wirklich unter aller Hirschkuh. Ich kann nicht mal erkennen, auf welches Tor die Weißen spielen. Ja, so muss die Antenne oben bleiben. Sicherung, Steckdosen. Wir haben doch ja nichts dabei, außer einer Antennengabel. Oh je, ich ahne Schlimmes. Oh, vielleicht sollte ich erst mal wieder gehen. Hm. Nachzügele? Du solltest einen Karrierewechsel in Betracht ziehen. Ich weiß. Leider gibt es auf dem Arbeitsmarkt gerade keine Angebote für ausgebildete Handmodels. Ich habe ja auch mehr an einen Job als Versuchstier für experimentelle Medikamente gedacht. Habe ich schon hinter mir. Ach so. Ja, jetzt wo du saßt. Okay. Ich mag vielleicht keine fünf Slotty haben. Dafür habe ich aber das hier. Gib dir keine Mühe, Junge. Die Show kostet fünf Slotty. Ja, aber die Alte hat doch die fünf Slotty. Das lasse ich lieber im Mantel. Möchte ja nicht wie ein Hausierer wirken. Hm. Okay. Mit solchen Typen kann man nicht verhandeln. Die kennen nur eine einzige Sprache. Irisch. Wo kriege ich jetzt einen Irren her? Hier. Einen Irren habe ich ja. Hier brauche ich lediglich meine Finger und mein akrobatisches Geschick. Na denn? Na los. Ihr kennt das Spiel. Pusch. Das ist ja im antiken Sinne tragisch. Da haben zwei liebende Herzen einander gefunden. Und das in diesem Dreckloch. Mein Entschluss ist unumstößig. Ich werde Ihnen helfen. Hallo, ihr zwei Turfeltausen. Oh je. Oh, reiß dich zusammen. Hallo, Rufus. Hallo. Ich bestehe darauf, euch umgehend eine Freude zu machen. Nicht doch, Rufus. Das ist wirklich nicht nötig. Wir sind glücklich so, wie es ist. Ja klar. Glücklich im Rindstein. Ihr Spaßvögel. Aber mach im Ernst. Ich habe schon ein paar Ideen, wie ich euer Leben radikal verbessern kann. Radikal? Oh, Hilfe. Was hast du vor? Hehehe. Sag ich nicht. Lasst euch einfach überraschen. Ist das nicht aufregend? Und? Zitterst du etwa? Halt mich. Wir sehen uns. Bitte. Bitte gib uns wenigstens genug Zeit, die Helme rauszusuchen. So. Mh. Das wird ihr jämmerliches Siegtum am Rande des sozialen Abgrundes auch nicht verbessern. Ja, ist schön. Irgendwas fehlt. Etwas zum Kuchen. Und es müsste. Mh. W- Stimmt. Vielleicht kann ich da das. Der Held entleert sein Inventurbel. Schockschwere Not. Es fehlt die Kurbel. Hehehe. Inventurbel. Okay. Der Held entleert Schockschw... Das wird so nichts. Jetzt befürchte ich. Ich könnte einen neuen Rekord im Teigtaschenessen aufstellen. Ach, aber die Zeit, die Zeit, die Zeit. Für meinen letzten Anlauf habe ich über eine Woche gebraucht. Mh. 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 Ich habe eine Idee. Ich gebe euch mein Babyfone. So können wir immer miteinander in Verbindung bleiben. Was? Nein. Alles. Nur das nicht. Aber gut. Ich sagte, nein! Und der Brief vielleicht? Das wird ihr jämmerliches Siegtum am Rande. Jetzt bleiben wir zum Streifen. Diesen Freundschaftsdienst spare ich mir für den Fall des Risses aller Stricke auf. So als kleine Überraschung. Okay. Und Modell. Ich könnte locker so weit werfen. Aber solange dort niemand ist, der auch so gut fangen kann wie ich, wäre das ziemlich witzlos. Okay, das heißt, ich muss mir das selber zu werfen. Hm. Wie es scheint. So. Tja. Ich sehe auch keinen anderen Ausweg für ihn. Aber ich muss es ihm in kleinen Dosen beibringen. Sag mal. Kennst du den Spruch? Klappe zu, Affe tot? Ja. Und? Nun, es zieht. Hm. Es ist gerade wieder so ein Moment, wo ich ein Kuuuutze fähig ein bisschen ratlos bin. Hm, das klingt gar nicht ein bisschen. Zangenbürsten, Rohrpost, Dings und Straubens hier. Und das Irk haben wir noch mal falsch momentan. So langweilig das auch klingt, aber mit diesem. Hm. Gucken wir doch mal ein Anfragsformular. Die Irk-Taste geht ja nicht. So weit zu gut. Was werde ich denn mal beantragen? Ein Ersatz-Irk. Hallo? Was ist denn das? Das Irk funktioniert nicht. War ja klar. Ist schon schade, ja. Das ist, ähm... Das ist gerade so eine, wenn es geht. Was werde ich denn mal beantragen? Ich brauche aber das Irk für die medizinische Dienstleistung. So komme ich dann sicherlich auch, ähm... Holla-Strich-Fünn-Fünf. So. Vorbereitet. Nachladen. Nummer eins machen wir es so. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Oha, das ging ja flott. Donnerknispel. Das ist, hm... Anhand der Beschreise bei dieser... Jetzt habe ich immer noch nur einen Schraubenzieher. Solange die Rohrpost leer ist, bringt das nichts. Das ist ja richtig. Aber wie soll ich denn... Wie? Vor allem wann? Wieso? Weshalb und westerwegen? Ich habe Ihnen nichts mehr zu sagen. Außer eins. Mach's gut, du trübe Tasse. Ah, bleiben wir lieber bei mir. Nichts mehr zu sagen haben. Vergiss es. Du kommst erst vorbei, wenn du deine Meinung geändert hast. Und wer will mich daran hindern? Na ich! Wer denn sonst? Ach ja, das leuchtet mir ein. Aber ich kann doch gar nicht mit ihm quatschen. Vielleicht kann ich ihm mal die Rohrpost rein schädelziehen. Vergiss es. Du kommst erst vorbei. Und wer will mich daran? Na ich! Ach ja! Oder Schrauben ziehen. Vergiss es. Und wer will? Na ich! Ach ja! Das... Oder die Zahnbürste des Todes. Vergiss es. Du kommst erst vorbei. Und wer will mich? Na ich! Ach ja! Gibt es eigentlich noch irgendwas zu holen? Ne. Sollen wir von hier oben zum Zahnbürste? Ich habe ihn nicht außer... Solange er sich nicht umdreht, gut so. Ich habe ihn außer... Gibt es aber auch nichts mehr zu machen, bin ich der Meinung. Der Organer hat eine Schraube locker. Du hast eine Schraube, um seinen Pipi-Tank zu kalibrieren. Viel Spaß beim Aufwachen. Das hatten wir noch alles schon gehabt. Vielleicht kann ich ja den Schraubenzieher eigentlich im Schraubendreher mit der Zahnbürste kommen. Anhand der Beschreibung im Antragsformular hatte ich ihn mir irgendwie größer vorgestellt. Hm. Anhand der Beschreibung... Also bei dieser... Ich habe Rohrpostleitungen immer geliebt. Auch wenn sie sich nicht zum Verschicken von größeren Mengen Hefeteig eignen. Was sehr schade ist. Er meckert jetzt rum wegen der Größe. Solange ich noch Platz im Mantel habe, lasse ich meine Sachen... Solange ich... Solange... Ha! Was wäre ich... Ein Superbastler, der niemals versuchen... Da steckt immer noch der... Boss, Lieferanten, Bote, Träger, was auch immer. Würde ich Irko so? Ach, gucke mal einer, schau. Würde ich Irko so? Was soll denn das für eine Heldentat sein? Es gäbe ja nicht einmal Explosionen. Das ist natürlich ein sehr wichtiger Faktor. Das darf man dann nicht vergessen und so. Los, hoch mit dir. Du musst für mich bürgen, damit ich zum neuen General des Widerstands vorgelassen werde. Geh weg. Aber... Lass mich mag nicht. Lass mich mag nicht. Jetzt habe ich dir geschwärztes Papier. Hey, Bozo. Da du ja nicht zu deiner Therapie willst, dachte ich mir. Ich kann dich ja therapieren. Ja, mein Ruf aus. Ach, komm schon. Das wird lustig. So ein paar Pappen hochhalten, das kriege ich auch noch. Also, was erkennst du auf diesem Bild hier? Das ist nur ein Flick. Quatsch, das ist... Du hast recht. Das ist wirklich nur ein Flick. Verdammt, wie sahen doch gleich die Karten des Therapeuten aus? Mhm. Das ist vielleicht doch mit meinem... Würde ich Irko so? Ja. Ich könnte ja zurück zum Therapeuten gehen. Aber ob das viel bringt, weiß ich nicht. Pression, Strickladen, da zur Praxis. Jetzt sagen wir das mit dem Ollen. Was erkennen Sie auf diesem Bild? Einen Patienten, der versucht, den Spieß umzudrehen. Hahaha, Fall. Jetzt sind Sie der Verrückte. Ich glaube, Sie haben den Sinn dieses Tests nicht ganz verstanden. Verrückt, 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 verrückt. Na, 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 na. Ja, der Therapeut ist durchaus verrückt. Finger weg! Die Antidepressiva sind nur für Patienten. Ich würde sie ja gerne für Bosom mitnehmen. Abzüglich 10 bis 20 Prozent Eigenbedarf. Gegebenen Satz. Und so.